Geschichtenpraxis – Kopfkino fürs Herz mit Cordula Carla Gerns Hallo und herzlich willkommen in der Geschichtenpraxis. Heute möchte ich ein bisschen mit euch plaudern. Ich habe nämlich ein Märchen dabei, das heißt Der Plauderer. Und es kommt aus der Märchensammlung des Oberpfälzer Märchensammlers Franz Xaver von Schönwert. Vielleicht habt ihr davon schon gehört, das ist eine umfangreiche Märchensammlung, fast vergleichbar mit der Sammlung der Brüder Grimm, mit Märchen aus der Oberpfalz und eine Erzählkollegin von mir, eine große Märchenerzählerin Erika Eichenseer, die hat diesen Märchenschatz gehoben und in verschiedenen Büchern wieder zugänglich gemacht. Neulich habe ich sie selbst auf einem Erzählabend hören können und da hat sie eben dieses Märchen Der Plauderer erzählt. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich es euch heute in meiner Art weitererzählen möchte. Es waren einmal zwei einfache Bauersleute. Da aber der Mann etwas närrisch war und manchmal unvernünftig, hatte das Weib die Herrschaft im Haus und sie bestimmte, was zu tun und was zu lassen war. Einmal nun, da sagte die Frau am Morgen zu ihrem Mann, Geh auf den Markt und sieh zu, dass du unsere Kuh zu einem guten Preis verkaufst. Wir haben das Geld nötig. Der Mann nickte, ging in den Stall und führte die Kuh heraus. Es war die einzige, die sie besaßen. Bevor er aber losging zum Markt, gab ihm seine Frau noch einen wichtigen Ratschlag. Verkauf unser gutes Tier auf keinen Fall an einen Plauderer. Das sind die Schlimmsten. So einer erzählt dir viel, beschwatzt dich nach allen Regeln der Kunst und am Ende hast du viele Worte bekommen, aber wenig Geld. Der Mann nickte und versprach, den Rat zu befolgen. Nun war die Kuh, diese einzige Kuh, sehr schön und wohlgenährt, so dass viele Leute kamen und sich für das Tier interessierten. Sobald aber einer fragte, was die Kuh koste und sein Angebot machte, sagte der Bauer, du bist ein Plauderer, du bekommst sie nicht. So war der Markt irgendwann vorbei, es ging schon gegen Abend und der Bauer hatte seine Kuh nicht verkauft. Also führte er sie wieder zurück nach Hause. Auf dem Heimweg musste er über eine hölzerne Brücke und bei dieser stand der heilige Nepomuk in Lebensgröße. Aus Holz geschnitzt und bunt bemalt. Wie nun der Bauer diesen sah, sagte er zu ihm, magst du mir vielleicht die Kuh abkaufen? Sonst muss ich sie wieder nach Hause führen und das würde meiner Frau gar nicht gefallen. Der heilige Nepomuk schwieg. Aha, dachte der Bauer, das ist jetzt mal kein Plauderer. Der schwätzt nicht, der verhandelt nicht, dem gebe ich die Kuh. Er band also die Kuh ans Brückengeländer, neben die Bildsäule und sagte, gib mir das Geld für mein Tier. Der heilige Nepomuk schwieg. Also gut, sagte der Bauer, ich verstehe, dass du das Geld gerade nicht parat hast. Ich will mich gedulden. In 14 Tagen komme ich wieder und hole das Geld. Und dann ging er nach Hause. Wie er heimkann, fragte ihn seine Frau. Und, hast du unser Tier verkauft? Der Bauer nickte. Hast sie aber hoffentlich keinen Plauderer gegeben, oder? Der Bauer schüttelte energisch den Kopf. Oh nein, der, der sie gekauft hat, hat überhaupt nichts gesprochen. Na, wie viel hast du denn für unser gutes Tier bekommen? fragte die Frau. Na, der Mann hat sie genommen, wie ich sie angeboten habe. Er hat mich allerdings noch nicht gezahlt. In 14 Tagen hole ich das Geld. Ach so, hast du den Mann denn gekannt? Natürlich, wie sollte ich ihn nicht kennen? Er steht ja immer bei der Brücke, wenn ich drübergehe. Ja, wer ist er denn? Wunderte sich die Bäuerin. Wie schaut er denn aus? Nach seinem Namen habe ich ihn nicht gefragt. Er hatte eine Haube auf dem Kopf, so wie ein Pfarrer, und fünf funkelnde Sterne drumherum. Ach, was bist du doch für ein Narr, rief die Bäuerin. Das war der heilige Nepomuk. Geh nur gleich hin und hol unsere Kuh, sonst wird sie noch gestohlen. Da machte sich der Mann also wieder auf den Weg, kam zur Brücke, sah den hölzernen Nepomuk dort stehen, aber die Kuh war verschwunden. Hey, was hast du mit der Kuh gemacht? rief der Bauer empört. Gib mir sofort das Geld, oder ich will meine Kuh wiederhaben. Der heilige Nepomuk schwieg. Jetzt wurde der Bauer zornig. Er griff nach einem dicken Stock und zog dem Heiligen eins über. Doch da, oh Schreck, fiel plötzlich der hölzerne Kopf vom Hals und kullerte auf den Brückenboden. Mit dem rollenden Kopf aber rollten auch jede Menge Silbertaler heraus. Irgendjemand, der wusste, dass der Kopf innen hohl war, musste sie darin versteckt haben. Der Bauer sammelte die Thaler ein und sagte versöhnlich, na also geht doch, warum hast du denn das Geld nicht gleich hergegeben? Freudig lief er nach Hause und erzählte seiner Frau, wie er dem stummen Käufer ordentlich die Meinung gesagt und dann das Geld bekommen habe und sogar noch mehr, als er verlangt hatte. Da lachte die Bäuerin über die Narrheit ihres Mannes, aus der am Ende überraschend so viel Gutes entstanden war. Das war eine weitere Folge der Geschichtenpraxis. Kopfkino fürs Herz mit Cordula Karla Gerndt. Jeden Samstagmorgen neu im MKR, immer um 20 vor 8. Die Geschichtenpraxis ist eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast. Die Geschichtenpraxis ist eine Produktion des Katholischen Medienhauses und die Geschichtenpraxis des Katholischen Medienhauses und die Geschichtenpraxis und die Geschichtenpraxis und die Geschichtenpraxis des Katholischen Medienhauses und die Geschichtenpraxis